Hi Leute, das ist ein weiteres Testvideo des Nokia Lumia 920 und zwar wollte ich euch mal so die Kontraste zeigen, denn es ist hier gerade ordentlich am schneien und ich wollte einfach mal schauen, ob das auf dem Video genauso gut rüberkommt und euch das natürlich nicht vorenthalten. Man sieht dünne, dicke Flocken auf sehr hellem Hintergrund und trotzdem erkennt man das alles sehr gut. Gefällt mir relativ gut, muss ich sagen. Der Ton dürfte auch super sein. Das war es auch schon wieder. Auf Wiedersehen.